Ja, moin moin und willkommen zurück zu Spaceborn 2, das Verlesen der Patch Notes des Freitags-Updates, Release wie auch immer der Version 1.7 und ihr seid mir schon ein ganz bisschen im Vorsprung, was aber absolut nicht schlimm ist und für all diejenigen, die es selber schon spielen, wissen schon, was in der 1.7 los ist, für alle die, die noch am Zögern sind, hier einmal die Release Notes von dem 1.7er Patch und zwar, genau, gehen wir einfach mal Punkt für Punkt durch. Das Galaxie-Handelssystem ist jetzt scharf geschaltet mit der 1.7, sehr schön, man hat ja schon mal so Anzeigen gesehen gehabt in-game. Handelsschiffe wurden jetzt als neue Schiffsklasse hinzugefügt und es gibt wohl angeblich vier Handelsschiffe, die er reingebracht hat. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die aussehen und ja, gibt auf jeden Fall einen neuen Weg, um an Geld zu kommen. Die Handelshubs, die Tradehubs, die sind jetzt auch scharf geschaltet worden und wir können jetzt von da an jetzt dann auch dann den Handel betreiben und die Fabriken, die Komplexe, die Stations halt, sind jetzt auch active, sind scharf geschaltet, die jetzt auch die quasi die Handelsgüter, die Ressourcen produzieren. Auch sehr gut und es wird uns nahegelegt, dass wir das In-Game-Tutorial-Video uns einmal anschauen sollten, bevor wir mit dem Handel loslegen. Ich habe gelernt, in welcher Folge war das denn, ich glaube, in der Folge 14 war das, glaube ich, genau, wo es um die Verteidigung der Station ging. Vorher einmal das Tutorial-Video zu Ende schauen und dann weiß man auch, wie es geht halt. So, was haben wir denn jetzt hier noch weiteres? Okay, die Capital Ships, die Waffen wurden, haben ein Upgrade erhalten und die automatischen Türme feuern wohl jetzt Lasers ab, äh, Lasers, feiern, 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 feiern. Ja, ich glaube, ich habe heute irgendwie ein bisschen zu viel in meinem Geburtstag gefeiert und, ja, aber nicht so tragisch. Nein, also, die, äh, automatischen Türme, äh, schießen wohl jetzt, ähm, Laserstrahlen ab und, äh, machen sie jetzt auf jeden Fall effektiver gegen, äh, kleine Kampfschiffe. Ähm, ein, ähm, ja, ein, äh, Communication Shortcut, also, ne, ein kleines Tastenkürzel, um die Kommunikation zu den Stationen und zum Stargate aufzunehmen, kam jetzt wohl auch hinzu, um nicht immer dieses, äh, drücke H und gehe mit Morse Cursor da oben hin und drücke und mache hier und da, äh, ist eigentlich ein ganz nettes Feature, warum nicht? Ähm, alle Schiffpreise wurden gebalanced, sehr schön, äh, bin ich mal gespannt, ähm, äh, ich liebäugel ja, wie ihr es ja schon in den Kommentaren, äh, schon gesehen habt mit der Anni-Lating, äh, sehr schön, bin ich auf jeden Fall gespannt, da gucke ich auf jeden Fall rein in der nächsten Aufnahme-Session. Gut, und, äh, die chinesische Sprache und, äh, portugiesisch wurde dem Spiel hinzugefügt. Ich, äh, werde es wahrscheinlich auch einmal ausprobieren, mal das Spiel auf Deutsch zu stellen, um mal zu schauen, wie da momentan der Fortschritt in der, äh, Übersetzung ist. Vielleicht, äh, ist es ja so ganz angenehm, dass man es verstehen kann und dass da nicht so viel, äh, äh, den Englisch oder Englisch-Deutsch ist. Ich glaube, ich hatte es mal in irgendeinem Video mal gesagt gehabt, ich weiß gar nicht, ob es bei Spaceborne, äh, war oder in, äh, ne, Kerbal Space Program war das tatsächlich. Oh, ich muss mich mal gerade hinsetzen. Ähm, ähm, in, in Kerbal Space Program war das, äh, da, ähm, äh, habe ich es mit Absicht komplett auf Englisch gestellt, äh, damit ich im Kopf keinen Knoten kriege zwischen, zwischen dem Deutschen und dem Englischen, weil halt, äh, so zu 99% aller Mods, die es für Kerbal Space Program gibt, die halt einfach nicht in der deutschen Sprache lokalisiert sind. Dann auf jeden Fall noch eine ganze, ganze Lechse, äh, an Bugfixes, die ich jetzt hier überhaupt gerade gar nicht durchgehen möchte. Äh, ich hatte es mir vorhin, äh, bevor ich hier das Video gestartet habe, äh, einmal ganz kurz durchgelesen. Äh, äh, irgendwie traf da irgendwie nichts auf mich zu. Man möge mich jetzt gerade strafen, wenn es doch so wäre. Äh, auf jeden Fall, dann gibt es noch ein, äh, Statement noch, äh, oder noch eine wichtige Info vom Entwickler. Äh, und zwar schreibt er hier in dem Teil, dass er jetzt erstmal, äh, neue Core Features erstmal, äh, zurückstellt, weil er jetzt erstmal den Fokus auf, ähm, Bugfixes legen möchte. Und, ähm, das Verbessern der vorhandenen Features auf jeden Fall verbessern möchte. Ähm, finde ich super. Ähm, ich meine, klar, neuer Content, äh, neue Features, neue Core Mechaniken reinbringen ist auch mega. Ähm, bringt aber alles nichts unterm Strich, wenn, ähm, es viele Bugs gibt. Oder viele Mechaniken, die noch nicht so rund laufen oder wie auch immer. Dann bringen auch die ganzen Features nicht, die er neu mit reinbringt. Also kann ich auf jeden Fall absolut verstehen jetzt diesen Move. Und finde ich halt super, äh, unterstützt sich total. Ähm, er sagt hier selber, dass er versteht, ähm, dass es halt, äh, wichtig ist oder die Wichtigkeit, ähm, halt neuen Content halt zu bringen. Ähm, ähm, aber, äh, er möchte jetzt halt einfach das, was jetzt gerade da ist an Mechaniken, die schon implementiert sind, möchte halt jetzt einfach verbessern, ähm, die, äh, Kinderkrankheiten rausbringen, äh, oder rauspatchen. Ähm, ähm, und, äh, dass man halt auch dann die, äh, Main Storyline auf jeden Fall, äh, mega gut genießen kann. Wie gesagt, also, Story holt mich immer halt noch ab, ne, auch wenn ich so als ein oder andere so, äh, mal eine Augenbraue hochziehe. Ist aber egal. Äh, äh, wie gesagt, auch mit den Entscheidungen, äh, vor denen ich jetzt bisher gestellt worden, äh, bin. Ich glaube, man hat es aus den Videos, äh, rausgehört gehabt, äh, welchen Weg schlagen wir denn jetzt ein und, äh, äh, was machen wir hier, was machen wir da? Auf jeden Fall, wie gesagt, äh, super gut das Ganze. Ähm, die Patches haben schon, äh, einen Daumen nach oben von mir bekommen und, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf den neuen Content, der drin ist. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Freitags-Update, wenn dann noch mehr hier, wenn die Liste der Bugfixes auf jeden Fall, äh, weiter nach oben geht, um halt, ähm, ja, damit das Spiel halt einfach angenehmer wird halt, ne. Und, äh, die ganzen Platzhalter da herauskommen, hatten wir ja auch schon gesehen gehabt, die Stationen, die wir übernommen haben, äh, in den Raid-Targets, äh, hatten sie andere Werte gehabt, als nachher, äh, als wir sie übernommen hatten. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, ich freue mich mega, dass das Ganze jetzt, äh, runder wird oder es jetzt vorgenommen wird, dass es halt noch runder wird und, äh, dass man sich da besser mit drin einfinden kann. Supi. Gut, jetzt bin ich noch mal überlegen, wann ich das Video jetzt rausbringe, entweder jetzt noch, wahrscheinlich seid ihr schon entweder alle am Pennen, am Feiern, aber weiß der Geier was, ich denke mal, äh, ich, 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 ich bring's morgen früh raus, ähm, wie gesagt, ein bisschen Vorsprung habt ihr, habt ihr ja schon, äh, was aber nicht schlimm ist. Gut, dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns dann einfach zur nächsten Folge Spaceborne 2 wieder am Montag und, ja, wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein, äh, angenehmes Wochenende und schaltet ein. Macht's gut, tschau, tschau.